No, 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 no. Kommentar-Nunz, willkommen zu einer neuen Progress-Experte 2.2. Och nö, kann ich nicht mal irgendwann Produs sein? Nö, es wird verboten. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. EDF bereit. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Das ist der No, No. Ja, ach, was meinst du, warum ich das die ganze Zeit am Bildschirm geschrien habe? Ich bin ja gespannt, wann die nervischen Kuchen-Lieder kommen. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe gesagt, du hast noch so ein Muck-Lied, was du gleich weiter wurden wirst. Das kommt auch noch. Das kommt in 13 Liedern, glaube ich, so ungefähr. Okay, mein Arsch muss ich noch an den neuen Stuhl gewöhnen. Und gleich kommt das kleine Pony. Das ist auch nett. Mein Tier 15, aber ist trotzdem nett. Der hat sich stets bemüht, ist das Lied. Oh, das sieht schon von der Bildqualität hier interessant aus. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Und wie sollen wir reißen? Das war auch ein Vorlautlied. Liedern. Liedern. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Immer mit der Ruhe. Warum hört man ihn eigentlich nicht? In kleines Pony sollen wir reißen. Reißen? Ja. Das ist ein Österreicher. Die reden so. Richard Österreicher. Ausgebaut. Was nicht passt, wird passend, ihr macht. Heute ist sein Tag. Nur für uns zwei. Den kenne ich nicht vom Text. Oh, hi. Und ich bin dabei. Dafür fehlt uns Vespin Gas. Dafür brauchen wir mehr Gas. Säden. Uns fehlt Energie. Nein. Lass uns zu bauen. Begleiten. Oh, die haben zwei. Das ist ja unschön. Und nicht Jochen. Zum Entein Solo. Yay. Von dem Sachsenfurt. Ist bestimmt auch dabei. Sehe ich nicht. Ist so eine schlechte Bildqualität. Das ist keine schlechte Bildqualität. So warnt früher die Kameras halt. Ja, ist ja eine schlechte Bildqualität. Tag, nur für uns zwei. Nein. Ja. Und ich esse gerne ein Frühstücksei. Ein. 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 Stimmt. Treu. Mir gefällt das. Rollen der R. Das ist richtig. Das ist glaube ich so alt. Ist das nicht auch irgendwo altdeutsch, dass früher definitiv mehr Leute Rollen der R's gehabt haben als in der Moderne oder ist das nur, äh... Das ist ein Österreicher. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, aber nichtsdestotrotz... Es gibt mehrere Österreicher mit Rollen im R. Nichtsdestotrotz... Die Erweiterung ist einsatzbereit. Harris an Reddit. Es sieht aus wie ein Gelehrter. Wie ein Professor. Ja, ein Grieche. Ohne mehr Versorgung gibt das nicht. Der ist wieder lauter. Das ist richtig. Wo soll ich denn jetzt hin? Er fühlt es aber auch. Ne, der nuschelt nur. Das kriege ich. Jammas, mal lachen. Wir haben kein Gas mehr. Okay, nicht. Jammas oder nicht, Jammas. Malaka. Wir haben kein Gas mehr. Ja, so mehr. Dafür brauchen wir mehr Gas. Wir haben kein Gas mehr. Ja, wir haben kein Gas mehr. Ich hab's verstanden. Ohne mehr Versorgung gibt das nichts. Wo ist mein Worker hin? Da ist irgendwas irgendwo. Irgendwann. Warum geht er jetzt nicht hin und baut mein Gateway weiter? Lass ihn endlich gehen. Nichts wird mehr geschehen. Es war nur ein Fort oder so. Adieu. Adieu. Der war auch toll. Der Adieu. 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 Oh, er hat aber gerade leidend geguckt. Ja, Summe. Senorita. Dafür brauchen wir mehr Gas. Warum brauchst du so viele Adepten? Was willst du mit dem ollen Dingern? Weil ich's kann. Also Adepten ist eigentlich nur am Anfang gut oder wenn du einen Adepten-Push spielst. Ich würde jetzt switchen. Vor allem, weil beide Terraner sind. Mal lieber sendet's mit Charge und Storm. Warum? Wir brauchen vor allen Dingen Splashdammit gleich von dir. Weil da werden 180 Tanks stehen. Also Splashdammit ist tatsächlich auf dem Weg. Du wirst es nicht glauben, aber Splashdammit... Aber da werden gleich 18 Tanks stehen. Siehste, ich hab's gescannt. Alle Tanks und siechen übrigens gerade. Das heißt, er will nach vorne siechen. Ja, Summe. Wir brauchen mehr Mineralien. Abmarsch bereit. BWF bereit. Geht nicht. Dafür brauchen wir... Wie ein Ding ist, ist fertig. Jetzt geht's runter. Riesender Boss. Ohne mehr Versorgung gibt das alles. Jetzt schon. Ja, ist gut. Ich hab's verstanden, Kollege. Ja, aber beeindruckend. Wie lange er den Ton haben kann. Das muss ich aber auch nicht weiter haben, wenn ich ehrlich bin. Das Pony war auch raus, ne? Ne, das Pony kriegt er zwei. Du musst mir doch mitteilen. Amen. Hab ich eben gerade mitgeteilt. Ne. Willst du Pleiblock? Ich muss kurz nachrüsten. Juhu. Amen. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Flash damage ist da. Gut, wenn man noch eine Runde und dann kannst du noch... Mach mal also zweite Runde Kolosse und dann nochmal eine Runde Immortals. Und dann pushen wir. Dafür brauchen wir mehr Versorgungsdepots. Ohne mehr Versorgung gibt das... Ich möchte ein bisschen was zuschustern an den... Gas vor allem. Ja, Gas vor allem. Ja, nichts über gerade Beträge, die man überweist. Ich hab zwei Kolosse gebaut. Ich bin wieder Supply Block. Moment, ich muss dran arbeiten. Geschafft. Amen. Warum habt ihr der zweite Gasgeisier gedönst? Dann nicht gebaut. Dafür reicht die Energie. Ein Mineralien-Cluster ist erschöpft. Der Mineralien-Cluster gibt nichts mehr her. Du, ein Näh. Los, los, los. Wir brauchen mehr Mineralien. Er hat es entdeckt, was ich vorhabe. Schade. Brauchst du uns doch dringend Upgrades. Brauche ich eine Forte, oder? Ja. Ja, doppelt. Mach ich dreifach, komm. Was soll der Geiz? Ne, dreifach bringt hier nichts. So wichtig ist den Shield-Up geht es nicht. So, dann lass mal pushen, wenn du gleich die Monsters hast. Die gerne auch chronobussten und ein Warprism wahrscheinlich, wenn du nach vorne willst. Warprism brauchen wir doch. Hey, man. Das brauchen wir doch. So. Ja, aber 5 Robo ist schon, äh, 4. Ja, wenn er nicht gleich mit er kommt, ja. So, jetzt lass mal pushen. Ohne mehr Versorgung gibt das nichts. Und, ja. Was ist das? Was ist das? Also, hier stehen überall Tanks. Da slide gerade viele Tanks. Lass mal hier drauf. Das ist ganz woanders, als ich dachte. Ja, ich bin außen rumgelaufen, Leute. Er hat viele, äh, Liberator wieder. Ja, das musst du machen. Er kommt von hinten mit, äh, viele, äh, alles. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Kein Kampfbrecher. Ja. Lass mich durch. Hier kommt der Landfunk. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr. Du musst aus den Liberator kreisen. Du musst den Liberator da kaputt tödeln. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Leicht überstimmt. Aber egal. Weg. Mein Mineraliencluster ist erlösen. Du musst jetzt weg, Zerrock, ne? Ich bin zu Hause. Nur, dass du nicht gleich sagst, äh, der hat mich gar nicht vorgewarnt. Ich bin, der ist ja gar nicht mehr da. Hahaha. Ich hab ein bisschen unterschätzt, wie wenig Production Facilities ich habe. Hier komm ich. Überstunden. Aber die Immortals nehmen noch. Wir brauchen mehr Mineralien. Lembertete. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Hast du Minerals, brauchst du Gas? Ich habe Minerals, ich brauche kein Gas. Bitteschön. Oh, prima Ballerina, komm jetzt. Prima Ballerina. Das ist übrigens das Lied mit den meisten Wiederholungen von, äh, Wörtern. Immer noch. Kannst du dir überlegen, welches Lied das wohl ist? Die haben den Rekord quasi, äh, wahrscheinlich Cha-Cha-Charp. Geh ich mir voll aus. Nee, sieh immer noch. Also, sieh, sieh, sieh führt immer noch mit Prima Ballerina. Du bist schön. Ich bin Supply Block. Wie kann ich Supply Block sein? Ich habe verloren einhalten. Was ist das? Ist ja lächerlich. Das ist schon lächerlich. So sollen wir da jetzt nochmal? Wenn du möchtest, könnten wir nochmal. Ja, warte, lass mich eben noch hier. Kein Ding. Kurz. Viele Immortals habe ich. Viele Kolosse. Gelacht. Ich habe nicht mal Kombi-Shields erforscht. Oh, das ist getauerlich. G-Gro. Vielleicht sollten wir dann doch noch einen Moment warten, bevor wir pushen. Wie kommst du da raus? Das hätte uns vielleicht vorne dem Feindgast geholfen. Und den, äh, 3,835 Liberator. Ja, das sind ja nur Liberator. Lass mal jetzt nach vorne gehen in der Zeit, wo Liberator nicht da sind. Ich versuche, dich hier abzufangen in der Mitte der Map. Oh, denkst du? Mach du da rechts, das müsste es eigentlich gehen. Das ist eigentlich offen für dich. Der ganze Arrest ist hier gerade. Der Battlecruiser ist ein bisschen ein Problem. Ich brauche Hilfe gegen die Battlecruiser. Ja, ich bin halt hier auch gerade im Fight. Mit 180 Tanks, da brauche ich auch deine Hilfe. Geh mal da nach links. Ola, rock. Pima Ballerina. Pima Ballerina. Das Gefühl, ich baue ein paar Kolosse nach jetzt. Ich würde auch aufhören, jetzt Kolosse zu bauen gegen so viele Weikings, ne? Ja, ich habe jetzt mehr, mehr, äh, Stoker und so. Kann er nicht in die Tanks immer rennen? Kann ich ihn machen, Sarong? Ja, Moment, aber ich kann doch eigentlich in die Tanks reden. Ja, dann mach das doch auch gleich mal. Wo sind die Tanks? Ja, hier links. Da alles. Aber nicht durch die Liberator-Kreise. Ja. Warum habe ich so wenig Minerals? Was ist denn los? Ich habe ja per Mineral. Aber er macht ja hier am Auto kennen. Bereit machen, Jungs. Geht klar, ab. Da können wir mal dreimal hin und her. Nur um ja nicht irgendwie was zu weiten. Okay, ich lasse mich das nächste Mal einfach von den Liberator kreieren. Das ist okay. Nee, aber du könntest ja vielleicht mal... Hör mal auf, jetzt nur noch die Viecher zu bauen. Du brauchst jetzt was, was in die Luft schießt. Hey, Finger weg von meinen BBFs, ihr Knaller. Ein Storm eigentlich auch. Tut mir leid, Partner. Unsere Kommandozentrale wurde ausgebaut. Ganz kaum noch erwacht. Bingo. Ein Mineralien-Cluster ist erschöpft. Es kann losgehen. Ich kümmere mich drum. Hier komm ich. Ja, meine eine Entschuldigung. Wo ist denn das Ding hier? Weiß ich nicht. Was, was brauchst du an Reinforcements oder an, an, brauchst du Minerals Gas? Minerals. Ja, kann ich nicht nehmen. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Aber danke für die Info. Aber so ein paar High-Templer werden halt auch langsam mal ganz gut mit Storm. Gebäude habe ich irgendwo gebaut. Ich finde es nicht mehr. Da, ich habe es gefunden. Und ich habe eingeladen. Das war doof. Ich habe das Gefühl, ich muss wieder mehr Gateworkface haben als jetzt. So, ich kann nicht jetzt fäden, aber... Oh, Koppel! Bei dir. Renn da doch mal mit deinen 18 Immortals hin. Ja. Kannst du mit deinen Immortals vielleicht hier zu den Tanks, die angreifen gehen? Das wäre vielleicht angebracht. Musst du da oben halt aufgeben. Kann ich nicht ändern. Hey, Finger weg von meinen WBFs, ihr Knaller! Geh da mal drauf jetzt mit deinen Immortals. Nicht mit den Stalkern. Ja, ich habe mich halt bewegt. Geh. So, weiter pushen. Die Dinger können wir nie aufhalten. Aber wir sind sowieso tot. Nicht stehen bleiben, bitte. Immer Attack Move und weiter laufen. Ja, und jetzt auch... Du kannst doch übrigens irgendwann mal stormen. Das ist eine Möglichkeit, die man durchaus machen kann. Acht Minuten, nachdem dieser Push begonnen hat. Das hat nur leider die Einheit nicht interessiert, ob ich stormen will. Ja, aber besser als sie sterben, einfach so for free. Du hättest einfach nicht so viele Robo-Einheiten bauen müssen. Hätten wir besser aufteilen müssen. Nein, nur das besser mal ein bisschen Anti-Air gebraucht. Nö, ich war ja, äh, Robo, äh. Ja, aber das kannst du eben nicht tun. War ja auch ganz klar ersichtlich. War ja auch ganz klar ersichtlich. Ja, aber das kannst du wohl nicht sein. Ja, macht den ISSEN nach...